Hallo, schönen guten Tag, Kevin Kühnert von der SPD, seine zentralen Irrtümer und seine einigen, seine Wahrheiten. Ja, Kevin Kühnert wird in der FDP, in der SPD, in der SPD etwas wichtiger. Er selbst gehört ja zu den Jungsozialisten auch, er ist ja der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, er versteht sich auch als Sozialist, als junger Sozialist und ja, für die SPD ist es sowieso wahrscheinlich Hopf und Malz verloren, denn links von ihnen hat sie ja die Linke entstehen lassen und hat zugelassen, dass die Linke entstanden ist. Wenn sie jetzt mit Kevin Kühnert ein bisschen weiter nach links rückt, ist dort quasi kein Platz, weil dort die Linke ist, das Original für die linksextremere Perspektive und rechts steht schon die CDU, also die SPD wird wahrscheinlich das Ganze jetzt nicht mehr retten können. Sie hätte es retten können, bevor die Linke entstanden ist. Naja gut, aber die Wahrheit bei Kevin Kühnert ist erst einmal die zentrale Wahrheit, ist, dass er richtigerweise auch irgendwie den Kapitalismus beenden will. Dass er auch eben darüber nachdenkt, ob es nicht eine aus wissenschaftlicher Sicht auch eine viel bessere Form des Sozialismus und Kommunismus geben könnte, denn wir sind uns ja einig, dass alle bisher stattgefunden habenden Experimente, die dann irgendwo mit den Begriffen Sozialismus, Kommunismus assoziiert waren, völlig in die Hose gegangen sind, also völlig gescheitert sind. Also wenn, dann müssen wir also Sozialismus und Kommunismus völlig neu denken und völlig anders denken. Da sind wir aber schon beim Problem von Kevin Kühnert. Also seine Wahrheit ist ja okay, wir müssen den Kapitalismus beenden. Wir müssen da irgendwas Besseres machen. Wir müssen uns beschäftigen, wissenschaftlich mit der Frage beschäftigen, wie könnte ein echter Sozialismus, Kommunismus funktionieren. Welches sind die zentralen Fehler, die die Experimente haben scheitern lassen und so weiter. Und was müssen wir grundlegend anders machen als alle bisherigen Experimente in diesem Bereich. Aber dann kommen wir schon zu den Irrtümern von Kevin Kühnert und SPD, also weswegen man das eben auch auf keinen Fall wählen sollte und sich damit auch nicht mehr lohnt, mit solchen Konzepten zu beschäftigen. Denn er sympathisiert wohl mit so etwas wie Mietendeckel oder mit der Frage Eigentum verpflichtet. Laut Grundgesetz ist ja alles richtig, aber die Frage ist, ob dann eine Enteignung von Wohnungsbaukonzernen der richtige Weg sein könnte. Und ob irgendeine Form der Vergesellschaftung, was ja bei den Fridays for Future und Greta Thunberg auch eine große Rolle spielt, das Thema Vergesellschaftung, Enteignung kommt ständig vor bei Fridays for Future Ortsgruppen. Und ja, wie sieht das aus? Das Problem ist, wenn ich Wohnungsbaugesellschaften enteigne oder einen Mietendeckel einziehe oder was auch immer ich da an staatlichem Eingriff mache, habe ich ein Riesenproblem, dass es sehr gut sein kann, dass dann eben die Hausbesitzer und Hausbesitzerunternehmungen weniger investieren in Wohnraum und der Wohnraum dann eventuell schlechter wird, weniger wird und verfällt. Und wir am Ende nichts gewonnen haben, also nicht das gewonnen haben, was wir wollen. Wir wollen doch eigentlich oder Kevin Kühnert will doch eigentlich, dass Wohnraum sozusagen ein geschütztes Gut für die Bürger ist und im Dienst der Menschen steht und dem Gemeinwohl verflüchtet, umgegangen wird mit Wohnraum. Das können wir aber nicht erreichen über Kevin Kühnerts, ja man könnte sagen völlig veraltete sozialistisch-kommunistische Ideen, sondern das können wir nur durch neue Wege weg vom Kapitalismus erreichen. Und jetzt widmen wir uns eben, vergleichen wir mal die Strategie der neuen Galiläes, also der Scientist for Future 2, der zweiten Scientist for Future 2, also googeln, 2.Scientist for Future, Leerzeichen II. Also vergleichen wir mal diese neuen Galiläes mit einem ja nicht gerade so hochgebildeten Kevin Kühnert und seinen Enteignungs- oder Vergesellschaftungsvorstellungen oder Mietendeckelvorstellungen und so weiter, wo es in Berlin ja für ihn ja auch immer ein Thema war, günstiger Wohnraum und so weiter. Die Scientist for Future 2 sagen, wir können das Problem am Ende nur lösen, indem jeder Bürger, also auch ich, eine Wohlfühlnote abgibt, eine Wohlfühlnote sozusagen und dass bei mir die Diskrepanz gemessen wird zwischen meiner, vielleicht schlage ich das auch mal kurz auf, zwischen meinen Gesundheitskostenerwartungskurve, ich mache das hier mal im Moment auf Stop und gehe mal hier drauf, ich gehe hier mal, ich bin hier bei der Seite von Scientist for Future 2, hier kann man googeln und ich gehe auf Erste Zwischenschritte und ziehe mal runter, wo sind wir, hier sind wir zur großen Lösung, also das heißt, die zentralen sechs, neun Steuerungselemente, na, so, jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut im Bild, also die ersten drei sind die, auf die wir uns jetzt mal konzentrieren müssen, alles andere ist erst einmal nicht so wichtig, das Zentralstück der Scientist for Future 2 ist also die Einführung von Wohlfühlnoten und die Einführung von Gesundheitskosten, Erwartungskurven für jeden Bürger und die tatsächlichen Gesundheitskosten und aus dieser Differenz werden die in Zukunft die Verdienste und die Gehälter, zum Beispiel jedes Arztes errechnet, aber auch überhaupt jedes Gewerbetreibenden und wenn dann mein Vermieter, ja, oder die Vermieterfirma oder das Wohnungsbauunternehmen, das Eigentümer meiner Wohnung jetzt wäre, ja, wenn bei mir sozusagen die tatsächlichen Gesundheitskosten, Gesundheitskosten geringer ausfallen, als meine Gesundheitskostenerwartungskurve befürchten ließ, bei meiner Vorgeschichte, meiner familiären Vorgeschichte und meiner Lebensvorgeschichte, und wenn meine Wohlfühlnote besser ausfällt als vorher sozusagen, dann kriegt auch mein Vermieter mehr Geld beziehungsweise es wird, wenn ich eine schlechte Wohlfühlnote abgebe und sozusagen meine Gesundheit, die tatsächlichen Gesundheitskosten ansteigen, dann wird sozusagen der Gewinn oder das Gehalt oder das Verdienst meines Vermietungsunternehmens kleiner werden. Das heißt also, in dem Moment, wo der Verdienst des Vermieters gekoppelt ist mit der Wohlfühlnote und den tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen mit der Gesundheitskostenerwartungskurve jedes Mieters, dann sozusagen durch diese Kopplung wird sozusagen der Satz des Grundgesetzes Erfüll-Eigentum verpflichtet. Denn in dem Moment stellen Sie sich jetzt vor, der Vermieter würde jetzt das übliche Spiel spielen, er macht eine Luxussanierung und dann können die Leute die Miete nicht bezahlen, müssen die Wohnung wechseln, werden rausgeekelt und müssen an den Stadtrand ziehen. Diese Leute werden eine schlechte Wohlfühlnote abgeben und werden sogar vielleicht krank werden über all dem Stress und Kummer und werden tatsächliche höhere Gesundheitskosten aufweisen. Und diese schlechter werdende Wohlfühlnote und die tatsächlichen Gesundheitskosten führen dann automatisch zu einem reduzierten Einnahmen für den Vermieter. Denn man wird das natürlich so koppeln, dass also mindestens noch ein Jahr nach Verlassen der Wohnung immer noch die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten sozusagen auf den vorherigen Vermieter auch bezogen werden, nicht nur auf den neuen Vermieter, sondern auch auf den vorherigen Vermieter, damit er eben nicht profitieren kann, irgendwelche Mieter rauszuekeln und deren Lebenssituation zu verschlechtern sozusagen. Ja und dann haben sie plötzlich, dann haben wir plötzlich eine echte Beendigung des Kapitalismus, weil jetzt eben dieses Spiel sozusagen, Spiele drehe, also mache Luxussanierung und spiele mit dem Leben der Leute, die vielleicht schon seit 30 Jahren in der Wohnung wohnen und setzt die also einfach auf die Straße und so weiter. Dieses ganze Spiel ist dann nicht mehr möglich, weil eben meine Wohlfühlnote auch noch ein Jahr später und auch meine tatsächlichen Gesundheitskosten, wenn sich meine Gesundheit verschlechtert durch all den Stress mit einer Entmietung oder ähnlichen Dingen und dann wird also noch bis ein Jahr später werden die daraus resultierenden Schäden quasi dem Vermieter angerechnet. Also das heißt, der Verdienst des aktuellen, zukünftigen Vermieters hängt dann von meiner Wohlfühlnote und von meinen tatsächlichen Gesundheitskosten ab, also wenn der neue Vermieter mir natürlich möglichst schnell eine gute Situation bietet sozusagen, dann wird das langfristig für den neuen Vermieter sich positiv auswirken. Aber wenn ich eben noch traumatisiert bin von den Erfahrungen mit dem alten Vermieter, dann wird in den Anfangsmonaten werde ich noch schlechte Werte haben und das wird auch auf den vorherigen Vermieter sozusagen negative Folgen haben. Nach einem Jahr ist dann also sozusagen dann auch, sagen wir mal so, oder nach mehreren Monaten, wenn der neue Vermieter gut ist, dann wird sich auch mein Wohlfühlen wieder verbessert haben und meine Gesundheit sich wieder stabilisiert haben und dann wird also auch mein neuer Vermieter langfristig einen Lohn dafür haben, haben das und bekommen, dass er langfristig für mich eine gute Umwelt darstellt, ja sozusagen. Ja und jetzt vergleichen wir das mit Kevin Kühnert und der SPD und diesem hilflosen Rumgestochere mit Enteignungsfantasien und Vergesellschaftungsfantasien und Mietendeckeln und anderem Chaos, das sie anrichten wollen und so weiter. Das ist eben genau das Gegenteil. Hier wird eventuell einfach nur riskiert, dass der Wohnraum noch schlechter wird, weil die Unternehmen einfach sagen, ja jetzt können wir dann also gar nichts mehr in Wohnbau investieren, denn wenn alles gedeckelt und staatlich reguliert wird, dann haben wir ganz keine klaren Verhältnisse zwischen Investitionen und Einnahmen sozusagen und da wir das sozusagen nicht mehr klar erkennen können und da da jederzeit vom Staat reingekrätscht wird sozusagen, ziehen wir uns da raus und fahren unsere Investitionen auf Null und dann verkommt der gesamte Wohnraum und es geht allen Mietern schlechter und wir gewinnen auch keinen zusätzlichen neuen Wohnraum. Und die Frage ist halt, wie gut ist staatlicher Wohnungsbau? Ja, da gibt es ja immer das Beispiel des Berliner Flughafens, ja, der zeigt, wie staatliches Bauen auch in die Hose gehen kann. Also, das heißt, ich fasse zusammen, statt Kevin Kühnert von SPD und SPD, statt sich mit solchen, ja, minderwertigen Konzepten und Ideen zu beschäftigen, sollte man sich eben nur noch zuwenden den neuen Galilés, also den klügsten Menschen der Erde, den, 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 den Scientist for Future, den zweiten Scientist for Future II, also den zweiten Scientist for Future II, römisch II und deren Konzept der Wohlfühlnoten und der tatsächlichen Gesundheitskosten verglichen mit den Gesundheitskostenerwartungskurven. Und dann haben wir wirklich eine Grundlage quasi, dass es für jeden Vermieter sich nur noch rechnet, zufriedene und glückliche und gesunde Vermieter zu haben. Dadurch wird also auch das Bauen sozusagen maximal biologisch und naturgemäß, also, das heißt, der Vermieter wird jede, jede giftige Substanz aus dem Neubau von Wohnungen herauslassen und wird seine, seine, wird, wird also sagen, wehe, wenn ihr, wehe, wenn ihr Architekten und Baufirmen auch nur irgendein Gift verwendet, denn wenn meine, meine zukünftigen Mieter schlechte Wohlfühlnoten aufzeigen, weil ich irgendwie Formaldehyd in der Wohnung habe oder andere Wohngifte in der Wohnung habe, dann werden die tatsächlichen Gesundheitskosten dieser Mieter schlecht werden und die Wohlfühlnoten schlecht werden und ich verdiene weniger. Also das heißt, jeder Vermieter wird zum echten Freund jedes Mieters, sei es zukünftigen Mieters oder bestehendes Mieters. Und dann kommen wir also sozusagen dem Ideal eines echten Kommunismus, Sozialismus näher und diese Form der Beendigung des Kapitalismus kommt also solchen Idealen viel näher als Kevin Kühnert, der als Sozialist sozusagen eigentlich eher veraltete Konzepte im Kopf hat die nicht intelligent sind, nicht durchdacht sind, weil sie eher die Situation der Menschen noch verschlechtern würden. Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, warum niemand Kevin Kühnert und die SPD wählen sollte und sich mit solchen veralteten Konzepten beschäftigen sollte, auch wenn das einzig Gute an ihm ist, dass er auch eine Beendigung des Kapitalismus gut findet oder dass er überhaupt Kapitalismuskritik hochhält. Das ist berechtigt, aber alles andere ist schwach. Also, alles klar, danke, tschüss. Also, alles klar, danke, tschüss.